Viele Lifferle Nein, nein zeigt, alter hundert Was denn das? Das Paragon ist ein Krab, richtig pervers ich bin ja ich bin auch gerade 2 und ich bin jetzt dreig gemacht was zur hölle ist hier los ich bin 327 was zur hölle was zur hölle passiert hier oh mein gott 362 mein sister kommt gar nicht wieder her hier steht aber noch 130 ich bin alter ey was zur hölle ja der wird irgendein item haben was äh alter 400 wow das ist krass ich mach auch jork ins Rahmen ich mach auch jork ins Rahmen in den wir hier echt nicht ich hab es nicht ich bin 443 ich hab gerade 553 Millionen Schaden an denen gemacht das ist einfach nichts gemacht was zur hölle wow es geht weiter mein geist wird stärker ja da oben bleibt ja ja stopp hoch da oben ich bin weiser geworden alter mein geist wird stärker was ist denn da crazy und ich hab dir in meiner freundschaft geschlossen ich bin ich bin ich habe jetzt erhielt mich ins unendlich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Das ist ein Künstler. Ich bin unreicher Anerkennung. Mein Geist wird stärker. Ich bin unreicher Anerkennung. Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Meine Stärkung ist gewachsen. Ich bin ein Künstler. Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Ich bin unreicher Anerkennung. Ich bin unreicher Anerkennung. Ich bin unreicher Anerkennung. Ich bin ein Künstler. Ich bin unreicher Anerkennung. Meine Schritte werden ausbreitender. Meine Schritte werden ausbreitender. Meine Schritte werden ausbreitender. Ich renne einfach bloß weg vor den Viechern. Das ist mir scheißegal. Ich meine ich habe jetzt eine hohe Viechern. Aber das ist echt krank. Meine Schritte werden ausbreitender. Die Sparte waren es also richtig. Ich bin ganz gebraucht. Was darf nicht schon beim Hassel? Vielen Dank.